Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Master Builders, den lustigen Modus, in dem man baut. Und ja, wir hoffen, dass wir einen guten Namen bekommen, ein gutes Wort, Schneemann. Ein Schneemann sollen wir bauen. Ähm, machen wir natürlich Quarz. Und irgendwie hätte ich Lust auf einen Schneemann in der Nacht, muss ich sagen. Oh Gott, Schneemann geht so schief, ich sag's euch. Snow. Ein paar Löcke brauchen wir dafür. Und dann könnten wir eigentlich, keine Ahnung, ein bisschen, einfach nur Schneemann, wäre das nicht langweilig? Sollen wir nicht irgendwas cooles bauen? Was richtig Choralles? Nee, okay. Dann nicht. Puh, okay Leute, ich hab hier grad ein Problem, merke ich schon direkt am Anfang. Und zwar, äh, werde ich schummeln müssen. Der Schneemann kriegt einen Hals. Es wird kein klassischer Schneemann mit drei, drei Schnee. Okay, dann braucht er noch einen ganzen Arm. Und an den Arm kommt natürlich Wood und Fence. Äh, Fense. Denn da kommt natürlich ein cooler Besen hin. Obwohl, es ist doch ein ziemlich hässlicher Besen. So, dann kriegt er natürlich ein Gesicht. Hier ein paar Augen. Kriegt er natürlich eine Krotte ins Gesicht. Natürlich kriegt er trotzdem Lächeln. Und zwar mit Knöpfchen. Und dann kriegt er hier noch Knöpfe rein. Obwohl, es sieht auch nicht gut aus, wenn ich da Knöpfe hinmache. Vielleicht so und so und dann dazwischen das. Das ist doch schon besser. Okay, jetzt sieht er auch fröhlich aus. Jetzt sieht er halbwegs in Ordnung aus. Und jetzt braucht er eigentlich noch einen Hut. Und zwar einen Zylinder, einen klassischen. Aber ich habe Angst, dass die Zeit nicht reicht. So, perfekt. Haben wir einen Schneemann. Der Hut hätte eins tiefer sein müssen. Aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Ja gut, ist in Ordnung, würde ich sagen. Ich hätte gerne auch Schnee. Aber man kann ja nicht alles haben. Der Hut müsste echt eins runter. Der Besen ist nicht so hübsch. Aber passt schon alles irgendwie. Passt alles. Ist okay. Ist ein okayer Schneemann. Da erwarte ich mir jetzt nicht mehr was von. Aber vielleicht haben die anderen ja lustige Schneemänner. Na gut. Habe ich überall bei allen so ein okay in der Hand gesehen. Oh, der hat eine Schaufel. Ach, den finde ich gut. Der ist süß. Der hat auch dasselbe gemacht wie ich. Und nur hat er coolere Arme und eine Schaufel. Und Schnee außenrum herumgelegt. Und es gibt Schneeboden. Oh, nee. Ich hätte Schneeboden nehmen, um es zu können. Hätte ich mich nur besser umschauen müssen. Echt Dummkopf. Okay, das ist natürlich eigentlich hier. Wow, everything is awesome. Aber irgendwie trotzdem. Mir tun die Augen einfach gerade weh. Ich weiß nicht warum. Warum mir die Augen wehtun. Aber sie tun mir irgendwie weh. Komisch. Oh, hä? Warum ist denn explodiert? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Sowas aber auch. Oh, der ist ein bisschen breit geworden. Aber der ist trotzdem cool. Äh, zumindest. Ach, mein Hut war so doof. Ich hätte meinen Hut einfach eins tiefer machen sollen. Dann wäre ich, glaube ich, mehr zufrieden gewesen. Dann wäre ich echt mehr zufrieden gewesen. Ärgerlich. Okay. Aber der ist süß. Der ist süß. Der ist ein süßer Schneemann. Und wenn ich zwei Knopfaugen. Und hier unten. Kleiner Schneemann. Oh, der hat. Warum hat Emerald gerade My Eyes Up Leading gegeben? Warum? Oh, der ist aber auch süß. Aber irgendwas stimmt mit dem nicht. Der hat eine Mütze auf. Eine coole Mütze. Sein Gesicht ist irgendwie nicht breit. Und seine Nase ist zwischen den Augen. Und der Mund ist auch direkt unter der Nase. Die Augen hätte er doch dahin machen können. Dann hätte es ihn gut bekommen. Wäre die Augen richtig gewesen. Und vielleicht der Kopf breiter. Dann wäre er auf jeden Fall sehr. Ach Leute, das sieht irgendwie aus wie so ein Monster. Also eben ein Albtraum. So ein weißes Schneemonster. Mit diesen, keine Ahnung, Knüppeln an der Hand. Ist auf jeden Fall okay. Ist ein Schneemann. Erkennt man. Der ist fröhlich. Er kriegt ihn gut. Und hat einen Besen. Und es schneit. Hat so Schneepartikel um ihn herum. Das ist hübsch. Das gefällt mir. Und er hat einen Muckis. Guckt euch das an, Leute. Wow. Crazy. Okay, und der erinnert mich an meinen Schneemann. Ist okay. Ist ein Schneemann. Mit langer Nase. Und kurzen Stümmelärmchen. Oh, hier ist Minecraft Expert. Alter. Lock Held. Und das dürfte jetzt auch langsam der letzte sein, oder? Den finde ich gut. Der hat coole Arme. Der hat einen Schal. Ich hätte einen Schal machen sollen. Statt einen Hut. Wäre cooler gewesen. Schale sind cooler, Leute. Und das auch wieder Muckis. Nein, das sind halt Stöcke. Das ist ja klar. Ist schön gemacht. So, und gewonnen hat. Oder kommt noch eins. Gewonnen hat. Der mit der Schaufel. Den fand ich cool. Aber ich bin Platz 2 geworden. Tatsächlich. Crazy. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der letzte hier wäre nochmal vor mir gewesen. Ja, Leute. Auf jeden Fall war es das mit Master Wilders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.